recht herzlich willkommen zur 219 folge vom city skylines ja dann wollen wir mal schauen wir waren letztes mal in diesem neuen wohngebiet was wir gemacht haben damit wir arbeiter bekommen die da hier ist das wohngebiet für diese industrien zum beispiel dann arbeiter machen wie gesagt leute fehlen in dem sinne die ungebildet sind das wollte ich sagen ja so war hier läuft so und wenn immer mehr und das ist eigentlich schlecht aber ist also so dann wollen wir gucken industrie kommt jetzt natürlich auch nicht immer schön aufpassen dass der strom noch weiter fließt da kommt gerade schon wieder hier eine neue industrie und da kommen die häuser nicht wirklich glück gehabt dass wir da gerade das richtige bäcker ist nahe monat so hier auch alles weg so ziehen da jetzt welche hin oder nicht so wie es aussieht nicht noch die ein monatszahl 7 80 e club werden schon mal 86 die wächst ja schon wieder das ist schon mal gut dann wachsen auch die steuereinnahmen wieder alles gut jetzt habe ich glaube ein gutes hause eben erwischt das hört sich auf jeden fall so an dass ich dann doppelklick hatte sozusagen so darum will ich auch noch haben glück gehabt da ist auch noch einer ja diese hier können auch wieder weg gehen das ist also nicht weg gehen sondern zu ruinen werden weil na fehlt vielleicht was aber so weit geht es ja schon mal so da ist ein blöcke gewissen wegen dem strom aber das ist alles noch gut ist noch wer und da ist noch mehr und da auch wie sieht die zahlen aus geld ist gerade mies aber hier ist noch immer anstieg das schon mal gut zwei erwischt wird schon neues gebaut einfach mehr neue sind gar nicht so gut obwohl die sind doch einige die da weg sind und verlassene häuser sind natürlich ein manko für die nachbarn weil die dann sagen wie sieht es hier aus hier will ich nicht wohnen ich ziehe weg deswegen muss man das alles aufräumen geht zwar auch von allein irgendwann so geht es doch oder das auch leer stehen dann ist nur deaktiviert dann ist es eine arztpraxis gewesen die wir da deaktiviert haben oder und hier müsste irgendwo ein friedhof ein problem haben so dann müssen wir mal gucken wo das problem ist der friedhof hat aber kein problem oder wird irgendwann auch ein problem kriegen oder wieder voll ist so ist nicht hier immer noch einer der läuft aber auch das auch aber kurz vorm voll sein so ist das halt hier fährt der bus jetzt lang und keiner wohnt da oder komisch geht da hat schon ein haus gegeben aber mehr nicht das eine feuerwache hoch doch da ist auch schon eins na da wird das ja noch was da schon wieder alles hier zum abreißen aber wir machen mal hier das an und machen dann den abröst das sieht irgendwie einfach aus okay müsste eigentlich wieder werden hier dazwischen das neu erwischen ja die müssten jetzt mal langsam hier arbeiter kriegen und da kommt die häuser kommt ne doch nicht ich dachte die werden auch schon neu aber das ist erst das neue das ist jetzt nicht so doll an wo hapert es denn hier in dem viertel hat das die frage junge erwachsen und senioren wohnen da friedhof sind schon 23 leute drauf da sind schon mehr eingezogene schicke autobahn dieses zentrum hier ne das ist wohl das ist schon die verbindung und geht auch direkt auf autobahn die auffahrt das passt eigentlich nur hier städtchen fabrik ok neun tausend das haben wir schon halbiert hier das geht ne abreißen müssen wir immer noch ist halt so ne muss man aufpassen dass uns der strom da nicht flöten geht weil wir keine verbindungen haben was wird gebaut gerade hier hinten weit unsere friedhöfe sind friedhöfe müllhalden sind sind aber alle schön hier am blinken und nicht voll hier hinten ist aber was los hier geht ja gar nicht mehr daran da kann es ja abreißen aber wieder welche erwischt die jene nicht gab kürzen werden hätten sollen das wird gerade gebaut ok ich weiß nicht warum es mal einen doppelklick gibt und mal nicht das ist ein bug in dem spiel da war es jetzt auch wieder so alle sind hier happy und glücklich wieder ein bisschen durchforsten weiter und dann läuft es auch schon da oder denke wir kriegen ja schon gute zahlen 7000 sind es jetzt dann warum erwischt oder was man das haus da fehlt wasser das hier ist kraftwerk das läuft ne fällt immer noch arbeiter ja hier zwischendurch ist immer irgendwo was ne wieso haben die doch kein besser dass ein friedhof der kein besser hat ok da kommen auch mal beheizte gräber oder passt schon kommen jetzt passt auf jeden fall so ein bagger raus und weiter geht's oh guck mal hier geht das gar nicht mit dem abreißen muss man das da machen da geht das nämlich weil mit dem strom funktioniert abreißen hat sich wieder ein richtiges erwischt aber ein bisschen verlust ist halt immer ne was war das ach so alles klar da hat es auch gerade wieder ein doppeltes erwischt ja könnten überall durchforsten aber das ist es jetzt nicht so da ist schon mal ein friedhof den wir jetzt bearbeiten können ja das war jetzt hier ein falsches teil so jetzt hier ausheben fertig da ist auch einer das ist gerade noch mal da reingehen sehen wir die ein bisschen besser der wird entleert ne oder 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 lehrt sich genau da ist auch alles gut oder lehrt sich hier ist alles fit hier ist gut ja lehrt sich hier ist alles gut lehrt sich lehrt sich lehrt sich stopp was ist denn das war da gerade ein symbol ne passt wohl lehrt sich alles gut soweit hier ist ein bisschen manko lehrt sich lehrt sich hier ist aber einer da hm komm da geht noch einer hin läuft ja soweit so gut ne frachtschiffe wie sieht das da überhaupt mit aus achso dann müssen wir die anklicken ne 36 und 32 prozent ist ein bisschen knapp ne könnte mehr sein die frage ob die 0 das ist nur import oder da jetzt export auch was ne 16 prozent werden auch exportiert ok und 12 ok und auf der anderen seite auch noch erro oder sowas hier war das haben wir schon weg sogar abgerissen oder was ne da ist es noch naja was sind das hafen aber personen beförderungs hafen ist das sieht eigentlich mit strom aus haben wir da genug ja eigentlich schon soweit sieht es gut aus oder ja ja müssen wir gucken wobei hier ist überall durch zu forsten hier sind überall häuser leerstehend aber 94.000 haben wir aber 14 haben wir hier das ist ja komisch ne das macht ja unser neues wohngebiet ich glaube ein haus mehr oder was jetzt war ja ist ja schon mal was ne und das alles ungebildete arbeiter oder wie ist das doch mal die anderen hochboden da sind schon alle mal glück dass dann noch strom fließen wenn ich das jetzt weg weiß dann fließt kein strom ne aber da kommt ja hier lang alles gut oder aber wenn das problem dass dieses hier alle jetzt kein strom mehr kriegt ne du hast doch drüber oder du hast du da da zum beispiel back up leitung ist mal vorne aber hier passiert jetzt nix oder wie sehe ich das öffentlicher nahverkehr ist da was haben sie strom haben sie das verwachsen aber hier ist auch keine anzeige dass irgendwer was haben möchte kommen aber 95.000 ist schon was naja ja strom weniger vielleicht soll man da noch ein paar sachen aktivieren hier das maus das auch dann machen wir hier mal ein paar an der freut das nicht ist klar sein oder andere windrad muss halt mal laufen dann strom kriegen also schlimm ist das hier nicht ne macht sowas was aus merkt man kaum dass abgeschaltet hüterbahnhof den machen wir jetzt mal an oder freuen die sich sogar wenn da schwere züge fahren naja da gab es gerade ein grundstück level ab ja arbeiter fehlen jetzt nicht mehr so viele ja läuft auch mit strom nix was das gefängnis ist abgeschaltet kommen wir mal an ja wo fanden sie nicht so gut aber die finden das hier gut sehr interessant ja da müssen wir überlegen aber nächstes mal hier noch mal durch forsten aber hier ist auch das ganze industriegebiet brachliegend ja müssen wir mal gucken wie wir da weiter vorgehen war auch industrie oder aber die sieht wohl noch ein bisschen besser aus ja wir müssen einfach nächstes mal auch wieder aufräumen ja damit die häuschen alle weg kommen die kaputt sind bleibt eine andere wahl eigentlich nicht um dass das hier vorangeht dann wenn wir hier auch bessere zahlen mit dem geld haben denke ich mal ja ok aber ich würde sagen für die folge reicht es dann erst ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder mit dabei seid bis dann tschüss tschüss